Mr. President, die Europäer werden uns sicher sehr bald um Hilfe ersuchen. Ja, Sir. Ich sorge dafür. Das ist nicht richtig. Wir sollten niemanden um Hilfe bitten müssen. Vor Premier Romanov zittert der ganze Kontinent wie Espenlaub. Romanov setzt seinen Bluthund General Wladimir auf unsere Airbases an. Seine Streitkräfte wüten im ganzen Land wie eine Herde wildgeworbener Stiere. Um 0500 heute Morgen wurde eine große Anzahl sowjetischer Panzer gesichtet, und zwar in der Nähe der Air Force Academy von Colorado Springs. Sir, dringende Informationen von Agent Tanja von der Front. Die Sowjets scheinen die Academy erobert zu haben, General. Wieso erfahre ich es jetzt davon, Agent Tanja? Die Airbase darf Wladimir nicht in die Hände fallen. Bei allem Respekt, Sir. Wir waren sehr beschäftigt. Commander, holen Sie Tanja da raus. Sie steckt fest. Sie haben die Fähigkeiten dazu. Ich bin sicher, sie weiß es zu würdigen. Den Teufel wär... Wir haben wohl den Kontakt zu Tanja verloren. Also los, Commander. Upsi, so ganz plötzlich verloren. Sir, ja, Sir. Schon dabei, Boss. Gebäude, eingenommen. Gebäude, verlassen. Wo müssen wir jetzt hin? Aber wir ein Verlierer machen. Inzwischen sind ein paar Rocketeers in Colorado Springs eingetroffen. Auf unserem Befehl werden sie einmarschieren. Da ist Pakete gezündet. Neues Missionsziel erhalten. Hoch und weg. Ab in die Lüfte. Alles klar hier oben. Achso, da ist unser Missionsziel. Okay. Ab in die Lüfte. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Alles klar hier oben. Und weg. Paketen am Himmel in die Luftlinie. Räumen Sie den Platz. Zeig mir den Weg. Bin dabei. Alle abbefeuern. Ja, das war nicht genau. So. Jetzt chicken wir die rein. Und versuchen die... Die Kaserne zuerst mal zu erobern. Ich arbeite dran. Pläne werden ausgewertet. Haben Sie ein Befehl? Wer ist bei deinem Ziel? Ich kann überall hin. Ich kann Sie sehen. Okay, der kommt jetzt nicht hier dran vorbei. Ist ja cool. Ich glaube, die Runde muss ich nochmal neu anfangen. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass der Weg da hinfliegt. frei ist. Tanja sieht auch ziemlich mitgenommen mittlerweile aus. Das hat nämlich den Vorteil, dass man wieder zwei neue Ingenieure und ein Paar hier Eis bauen kann. Mit dem Ingenieur gehe ich jetzt direkt den Ärzteamter hier einnehmen. Damit wir auch direkt Geld bekommen. Die Waffenfabrik. Ah, hier ist sogar ein Flugzeughang noch. Kann ich die auch direkt einnehmen? Einheit bereit. Da kenn ich mich aus. Ich komm nicht zu spät. Pläne werden ausgewertet. Gebäude eingenommen. Einheit bereit. Das ist jetzt die Basis. Dann bauen wir mal einen Reaktor bzw. ein Kraftwerk. Da hinten in die Kirche können wir ein paar Einheiten reinschicken. Was ist das? Ich arbeite dran. Pläne werden ausgewertet. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Primäres Ziel erreicht. Neues Missionsziel erhalten. Neue Bauoptionen. Ich arbeite dran. Pläne werden ausgewertet. Erledigt, Sir. Keine Ahnung was es ist. Ich arbeite dran. Wo ist die Party? Ein bisschen Action wäre nicht schlecht. Wie der Wind. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und wieder ein Paar Chia Eisbaum. Da. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Kanal frei. Da kenn ich mich aus. Da. Also der Erdsammler der läuft öfter mal im Weg herum. Wird dann mal angeklickt und weiß dann nicht mehr wo er hin soll. Gehen wir mal etwas patrouillieren. Gehen wir mal etwas patrouillieren. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war eine große Patrouille Untertitelung des ZDF, 2020 Also hier ist auf jeden Fall noch irgendwo eine Sowjetbasis Machen wir hier auch mal direkt ein paar Panzer Schicken die nach da Da in das Haus rein Die Folge eingenommen Einheit bereit Einheit bereit Okay, da das Haus wird angegriffen Ja, da das Haus wird angegriffen Ja, da das Haus wird angegriffen Ja, da das Haus wird angegriffen Einheit bereit Los geht's Ja, da das Haus wird angegriffen Ja, T organised Scheren Geheuer Eure Zone betätigt. Waffen bereit. Einheit verloren. Passt da. Die Kommandorat wird gestapelt. Bereit. Einheit berichtet. Ein Wettbewerb. Einheit befördert. Ausmaß hier. Sicherheit geht vor. Hier mal ein bisschen was aufdecken. So, und jetzt noch die Ingenieure holen. Einheit befördert. Direkt mal. Jedem Punkt einen Ingenieur zuweisen. So, jetzt sollten wir zumindest hier diesen Bereich hier komplett eingenommen haben, wenn die dann da sind. Einheit verloren. Gebäude eingenommen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Neue Bauoptionen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Gebäude eingenommen. Neue Bauoptionen. Bei die Rekruten direkt hier raus. Also hier erscheinen. Oder? So. Da kommen generell alle Einheiten glaube ich raus, oder? Noch ein paar Ingenieure. Hier noch ein bisschen was. Loch reinmachen in die Wand. In die Mauer. Und jetzt sollten hier auch gleich Ingenieure erscheinen. Einer repariert mal das Gebäude. Hier. Räumen Sie den Platz. Einheit verloren. Einheit verfahren. Einheit gefördert. Okay, wir hatten gerade kein Geld. Und war noch ein Erdsammler dabei. Gebäude eingenommen. Schadfakete gezündet. Lade. Produktion läuft. Und weg. Einmal die Karte wieder aufdecken. Ich nehme die Luftlinie. Ein heißes Land. Das war ein Ingenieur, ne? Ich habe die Werkzeuge. Pläne werden ausgewertet. Nehmen wir noch das letzte Kraftwerk ein. Gebäude eingenommen. Das war's. Durchschnittszeit 25 Minuten. Wir haben es in knappen 10 Minuten geschafft. Das hört sich doch schön an. Oder? Sind es 18? Es sind 18 Minuten. Aber trotzdem. Weniger als 25. Wir haben duas, Gruie-Wanzig.